Hallo und willkommen zu einem Video zu fundamentalen Wechselwirkungen. Die elektromagnetische Wechselwirkung ist 10.000 Milliarden mal so groß wie die schwache Wechselwirkung. Ergänzen Sie in der nachständigen Tabelle die fehlende Hochzahl für die schwache Wechselwirkung. Also, eine Milliarde ist nichts anderes als 10 hoch 9. 10.000 Milliarden, beziehungsweise die Zahlen 10.000 für sich, 10 hoch 4. Das heißt, 10.000 Milliarden lässt sich als 10 hoch 9 mal 10 hoch 4 gleich 10 hoch 13 anschreiben. Die elektromagnetische Wechselwirkung, jetzt kurz als E, ist also 10.000 Milliarden mal so groß wie die schwache Wechselwirkung, hier jetzt ein kleines S. E ist laut Tabelle 1. Das heißt, wir stehen vor der sehr einfachen Gleichung. 1 ist gleich 10 hoch 13 mal S. Und für S ergibt sich hier klarerweise die Zahl minus 13. Und für S ergibt sich hier prayedzen. 2 2 eine zweite Tässä im Fleischwirkung ist 1 05.